Hallo zusammen, einige Aspekte in Diablo 4 haben einen Riesenhaken. Wenn man das nicht kennt, dann ruiniert man sich beim Equipment, wie hier die Aspekte, wenn man sie extrahiert, aber man ruiniert sich auch das zukünftige Equipment, also das zukünftige legendäre Equipment, in das man das hineinprägt. Wie das Ganze funktioniert und wie man das falsch macht und vor allem wie man das richtig macht und den Fehler vermeidet, das zeige ich euch hier in diesem Video. Um euch das Ganze zu erklären, habe ich mal zwei Szenarien vorbereitet. Einmal wie man es falsch macht und einmal wie man es richtig macht. Ihr seht hier, ich habe jeweils ein legendäres Equipment mit einem Aspekt. Hier wird Knochensturm und Blutwelle verstärkt. Einmal macht hier dann Knochensturm im Verlauf von zwei Sekunden zusätzlich 403 Schattenschaden und Blutwelle macht im Verlauf von vier Sekunden 6455 Schaden und in dem hier macht Knochensturm 420 Schaden und die Blutwelle macht 6713 Schaden. Jetzt nehmen wir an, wir möchten diese Aspekte in unsere neue Waffe hinzufügen. Ich habe jetzt hier nochmal jeweils eine heilige Waffe hinzugestellt und ich möchte diese Aspekte hier rüberbringen. Wir fangen mal mit dem falschen Szenario an. Wie macht man das Ganze falsch? Und das machen vermutlich die meisten so, man geht zum Okkultisten, man sagt Extrahieren, dann extrahiert man hier diesen Aspekt, er landet hier bei den Aspekten. Ich mache das mal Ganze. So, nun habe ich das hier extrahiert. Ihr seht hier im Aspekt steht immer noch Knochensturm im Verlauf von zwei Sekunden, 403 Schattenschaden, Blutwelle im Verlauf von vier Sekunden 6455 Schaden. So, nun geht man wohin? Man geht hier ins Aspekte einprägen, nimmt die Waffe, in die man das hineinprägen möchte, geht auf die Aspekte, nimmt dieses Aspekt nun heraus, frägt das ein und man hat dann exakt das, was in dem Aspekt hier drin steht. Und man hat es hier hinzugefügt und hat jetzt diese 403 Schaden für Knochensturm und für Blutwelle die 6455. Und man hat jetzt in diesem Beispiel sowohl das Aspekt ruiniert, als auch diese neue Waffe. Denn das, so wie ich das jetzt gemacht habe, das ist falsch. Wie funktioniert das richtig? Folgendermaßen macht man das richtig. Man geht erst zum Schmied, nicht zum Okkultisten. Und das machen wir jetzt hier mit diesem anderen Aspekt. Und ihr seht ja, ich habe hier noch eine Waffe, da ist ein Aspekt. Das habe ich jetzt noch nicht extrahiert, sondern ich gehe erst mal zum Schmied und sage Gegenstand aufwerten. Nochmal hier kurz zur Erinnerung. Knochensturm hat 420 Schaden, Blutwelle hat 6713. Ich schreibe das mal hier an die Seite und nun upgrade ich das Ganze. Nun ist es immer noch so, dass der Aspekt dasselbe ist, aber ihr seht, die Werte haben sich verändert. Nun habe ich hier 503 Schaden bei Knochensturm und bei der Blutwelle habe ich 8055 Schaden, also viel mehr als vorher. Und nun kann ich das nochmal upgraden und habe noch mehr Schaden. Und wenn ich das jetzt nochmal upgrade, habe ich nochmal mehr Schaden. Jetzt habe ich hier bei Knochensturm 545 und bei Blutwelle habe ich 8713. Und wenn ich das jetzt nochmal upgrade, hat sich das nicht verändert. Also ab und zu verändert sich das, aber manchmal verändert sich das nicht. Nun ist der Aspekt deutlich stärker als vorher. Vorher hat er nämlich Knochensturm 420 und jetzt hat er Knochensturm 545, also das ist deutlich mehr. So, nun bin ich hier wieder beim Okkultisten und jetzt, nachdem ich diesen Aspekt verstärkt habe, nun extrahiere ich den Aspekt. Ihr seht, Knochensturm macht weiterhin 545 Schaden und auch hier im Aspekt macht er 545 Schaden. Und wenn ich das Ganze jetzt extrahiere und wenn ich nun einprägen drücke und jetzt nehme ich hier die neue Waffe, nehme den neuen Aspekt und er hat jetzt nicht 420 Schaden bei Knochensturm und ich glaube es 6455 bei Blutwelle, sondern hat bei Blutwelle 8713 und dann habe ich das Ganze verstärkt und nun präge ich das ein. Denn wenn ich vorher das Ganze mache, dann ist der Aspekt deutlich schlechter. Das bedeutet, wenn ihr Ausrüstung, also aus einem legendären Equipment, ein Aspekt extrahieren möchtet und in ein anderes Equipment bringen möchtet, dann solltet ihr dieses Equipment erstmal upgraden, dann extrahieren und dann einprägen. Das neue Equipment ist ja deutlich besser als euer altes Equipment, aber ihr möchtet ja auch, dass der Aspekt bestmöglich in diesem neuen Equipment ist. Deswegen solltet ihr das vorher upgraden, damit auch der Aspekt stärker ist. Wenn der Aspekt stark ist, dann herausziehen und dann einprägen. Wenn ich nun bei der ersten Waffe, bei der ich das falsch gemacht habe, das Ganze upgraden, dann seht ihr, wird der Aspekt nicht mehr verstärkt. Denn die Regel lautet, ist der Aspekt einmal eingeprägt, dann kann er nicht mehr verstärkt werden. Das bedeutet, ihr müsst den Aspekt erst verstärken in der alten Waffe und dann könnt ihr den Aspekt in die neue Waffe einprägen. Weil ist der Aspekt einmal eingeprägt, dann verstärkt er sich nicht mehr, dann sind die Zahlen wirklich fix. Das Ganze gilt nicht für alle Aspekte. Ich zeige euch mal hier ein paar Beispiele, wo das nicht gilt. Es gilt nicht bei Aspekten, die irgendwas mit Prozent verstärken. Sobald irgendwie ein Prozentzeichen dahinter ist, hier diese 17 Prozent, für dieses Aspekt gilt es nicht. Das heißt, ihr könnt es nicht upgraden und diese 17 Prozent wird sich nicht erhöhen. Ebenso gibt es so ein paar fixe Werte, wie zum Beispiel hier, erhaltet ihr 10 Sekunden lang eine Barriere. Diese 10 Sekunden könnt ihr ebenso nicht verändern. Meistens könnt ihr die Werte verändern, wenn es um irgendeinen Schaden geht, wie hier um Schattenschaden. Aber es gibt auch mal Giftschaden oder Kälteschaden, habe ich gesehen. Und bei solchen Schadenswerten, die könnt ihr verändern und die könnt ihr erhöhen. Und die solltet ihr auch unbedingt erhöhen. Denn sonst ist meiner Meinung nach einfach der Aspekt ruiniert. Vor allem, wenn ihr eine gute neue Waffe habt, ruiniert ihr auch die neue Waffe. Dann erstmal den Aspekt erhöhen, dann extrahieren und dann in den neuen Item einprägen, damit ihr einfach den höchsten Wert habt. Leute, ich hoffe, das Ganze hilft euch. Ich hoffe, ihr habt den Fehler bisher noch nicht gemacht. Und ich hoffe, ihr macht den Fehler auch in Zukunft nicht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Video sehen. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut!